servus und hallo zu anbauend es geht weiter der letzte boss im letzten video vollkommener müll finde ich schaut euch an das video wenn ihr es noch nicht gesehen habt aber wie der dann zu nennen es mal besiegen ist hätte ohne hilfe vom chat vom herrn rassen net und selber raus gefunden und es ist wieder ein live stream genau hier sind wir nachdem man post platt macht gehabt haben sind wir hierhin und warum ist mein maus zeiger da gehe weg und jetzt haben wir immer weiter die da haben wir ein kristall drücke für details wo ist der andere da waren doch noch mehr da oben okay da muss ich wo muss ich da jetzt hin hier vor darauf da habe ich nichts zum teleportieren und irgendwann einmal muss sie dahinter die was ist das jetzt des wahnsinns ja jetzt des wahnsinns hört sich ja schon entboss mäßig an jetzt schauen wir dass wir da hinkommen bei der nächsten möglichkeit hoch okay so jetzt ist mein blöder maus zeiger wieder da warum spielen mit gamepad die braucht kein maus zeiger da das erhebel und da müsste bei mir jetzt komplett da muss ich doch hoch hier hoch ist das richtig ja okay hier kann ich wieder habe keine fähigkeit und jetzt einfach darüber rüber rüber und drauf in die einen weg um die brücke zu reparieren ja das meinst du sie machen ja dann mache ich dazu will ich nicht so fähigkeiten keine immer nicht einsetzen jetzt geh halt dahin das teil aktivieren das da sieht man so die die level abschnitte so im groben das ist jetzt die die dritte weltkarte wenn man so will und so die einzelnen farben sind die einzelnen level abschnitte hier war orange hier lila jetzt kommt grün darauf und den punkt wo ich hier grad aktiviert habt ist so sind so die teleporter teile wo muss ich dann ach die wir schon eingesammelt oder wie ja ja da geht's auch rüber will ich natürlich hin schaffe ich nur nicht es muss doch gehen nein keinem fall so so ich bin hier irgendwie rauf da fehlt mir fähigkeit oder hier 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 geht alles klar alles klar da das war dumm eins zwei eins zwei springen spring 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 ok was habe ich oh was habe ich jetzt wieder für fähigkeit deswegen mag ich das spiel halt so weil ich habe wieder die die zeit dingens da er hat halt wieder kein doppelsprung gemacht der idiot ich bin auf auf es geht auf los auf So. So. Okay. So. Da oben ist wieder ein Tor. Wohl. Ah. Hm. Boah. Stunden später. Wow. Nimm's Kraft. Komm ich da irgendwie rauf? Wär gut. Tch. Ist das dumm. Ah. Okay. Jetzt. Jetzt wird alles durch gemixt hier. Servus und hallo zu Unbound World Apart. Ja. Das Spiel. Gibt nochmal Gas. Wo muss ich eigentlich hin? Falsche Taste. Da unten geht's doch weiter. Eigentlich. Ah. Ich hab's verstanden. Ich muss. Ich glaub, dass ich's verstanden hab. Ich muss hier Stein sein, dass ich hier weiterkomme. Ich muss jetzt nicht wirklich den ganzen Kack wieder zurück, oder? Doch. Muss ich. Wow. Oh. 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 Okay. Aber wer da sagt. O state. Ja. Stein. So kann man Spielzeit natürlich auch strecken. Moment. Das geht nicht. Ich dachte, dass ich da ein bisschen die Scheiße könnte. Aber Stein, was bringt mir ein kleiner Stein? Jawohl, jetzt bin ich da. Großartig. War ja easy. Willst du mich verarschen? Ja. Ja. Ja.